Musik Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass die Welt außer Kontrolle gerät? Was vor wenigen Monaten noch undenkbar schien, hält heute Einzug in viele Bereiche des Lebens. Unerwartete politische Entscheidungen und überraschende Wahlausgänge. Populistisch angeheizte Vertrauenskrisen in bestehende Systeme und die Schwächung der Europäischen Union durch den Brexit. Terroristische Bedrohungen, religiöse und weltpolitische Konflikte und damit verbundene Flüchtlings- und Migrationsströme. Die zunehmende Schnelllebigkeit durch rasante Fortschritte in Digitalisierung, Technologie und Medizin. Sie alle geben uns das Gefühl einer zunehmenden Unberechenbarkeit. Verursachen Unsicherheit, Frustration, Angst und Orientierungslosigkeit. Ist alles außer Kontrolle? Es ist paradox, denn wir messen, überwachen und kontrollieren heute mehr als je zuvor. Und dennoch wächst der Eindruck von Kontrollverlust und Machtlosigkeit. Was wir früher glaubten, sicher im Griff zu haben, wird heute auf die Probe gestellt. Ob in der Politik, der Wirtschaft, Gesellschaft, Technik oder Medizin. Was gibt uns heute noch Halt, wo vieles haltlos scheint? Wie hängen Vertrauen und Kontrolle zusammen? Muss alles gesteuert und gelenkt werden oder ist Kontrolle nur die Illusion einer entwickelten Gesellschaft? Wurden wir von Jahrzehnten scheinbarer Stabilität und Berechenbarkeit zu sehr verwöhnt? Und stehen wir den unberechenbaren Entwicklungen in der Welt deshalb umso ratloser gegenüber? Gemeinsam mit internationalen Expertinnen und Experten gehen wir diesen Fragen auf den Grund. Für ein Heute, Morgen und Übermorgen. Mit Sicherheit, Souveränität, Zuversicht, Vertrauen und dem richtigen Maß an Kontrolle. Für die Zukunft Oberösterreichs, Österreichs, Europas und der Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Surprise Factor Symposium 2017 von Academia Superior, der Gesellschaft für Zukunftsforschung.